Hi Roadies, herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Let's Play Deus Ex Mankind Divided. Mal schauen, was unser lieber Kollege hier zu sagen hat. Ich weiß, es ist ein Kind, der Name ist Richard. Er war Partner. Richard ist alive. Du hast ihn gefunden? Ich bin nicht sicher, was ich gefunden habe, aber ich weiß, dass ich nicht so mag. Richard hatte eine Art von mir, was ich zu sagen wollte und zu tun, aber ich konnte nicht. Ich bin so glücklich, er ist alive. Richard und ich, wir... Ich bin sicher, dass er... Ich sollte es wissen, dass Richard immer gesagt hat, der Show muss weitergehen. Es gab nichts Interessantiges über das. Was ist er da unten? Wie ist er da? Ich habe nicht gesehen, Richard, in vielen Jahren. Wir entwickeln ein Show zusammen, die Evolution der Spannung des Spannungsges intensiviert durch Technologie. Wir verabschieden von den KC und DDE-Designen. Eine soziale augmentation. In conjunction mit den Moderen Hypnoten Techniken, etwas viel stärker als nur Persuasion. Die kommunal konstruktion von einer Alternative Realität. Für drei Stunden auf einem Freitag night, wir guidenen die Menschen ins neue Welt. Diese Welt, die du und Richard erschaffen hat durch Hypnose, was waren sie genau? Sie waren was, was die Leute wollten. Sie erschaffen zusammen mit der Publikum. Every night was different. After the incident, we, we were made to stop. Treated as criminals. It was not right. People paid for their tickets and embarked on imaginative explorations. We did not hurt anyone. We would never hurt anyone. I'm not sure that's still true for Richard. His audience now, I'm worried they may be trapped. Is that something he could be capable of? Creating a world and keeping people there indefinitely? It depends on the personality. Someone is susceptible to the message and if Richard keeps repeating it, it is conceivable. Why do you think Richard is doing this? What's his endgame in trying to hypnotize people in a sewer? I cannot say for sure, but after the incident, after the way things began to change, Richard said he was going to find a better place. I did not hear from him again. The loss of so many people that we knew, I believe it broke him. He didn't seem very broken to me. More like a guru of some kind. Way too much control of the people in that room. Richard is not capable of hurting anyone. At least, he was not before. He was an idealist. The kind of man who... The worlds we created together on stage, they were more beautiful than the reality. The technology Richard is using to do all this, how does it work? Binaural beats. Richard balances his source transmission through a series of emitters that use targeted neural oscillation to stimulate specific areas of the basal ganglia. Right. Let's assume I'm not familiar with that particular ganglia. Richard is using a system of emitters that can intensify and adjust his frequency. His message is intent. Imagine it. He can make the very soul of a transmission pierce into the brainwaves of his target audience. I don't need to imagine it. I already know it's terrifying. Yeah, it's fucking creepy. Tell me how to stop Richard. Richard is conveying a vision of himself, of themselves, of an alternate community they are building together. If it is Richard's goal to keep the people there, the only way to free them is to make them see through it. Well, how do I do that? Last time I talked to him didn't go so well. The signal he is transmitting, its effect is limited to a specific radius. To the room where the audience is, where the emitters are installed. Wherever Richard is, must be outside of that room. So if I get to him, I'll be able to say or do whatever I want? Yes. But promise you won't hurt him. Please. I'm not promising, ain't I? Something tells me if I do get in there, he's not going to be content to just talk. There may be a better way. The emitters, they are somewhere in the room, yes? Okay then, so wait. Wait. Just wait one second, please. Wait for it. Wait for it. Where are you? Come. Come to me. Wait. Oh man. Okay. I think I have what I'm looking for. To you. I think I have found what you need. Are you sure? Okay. They are scrambling devices. Our failsafe whenever things got ugly. Attach them to the emitters and it closes the ability to amplify. Good night. Show's over. Your gods are but men again. And that'll be enough to make the people in the room see through them? I hope. If they have been exposed for a very long time, you need to help them to see. But please be kind to Richard. I don't know what he has become, but I know what he was. A decent man once, who simply believed that the world should be better. We all believe that. There are better and worse ways than going about it. Because we're still there. Yeah, well, um just to him, to come, we need to do still. another poster. But the problem is, that the date on everything It's blown away. It's a mess. Ohne Passwort wird das Ganze nämlich sehr problematisch aufgekratzt. Ne, sowieso werden wir die Scrambler benutzen. Falls ich jetzt nicht irgendwie per Zufall auf die zweite Hälfte des Passports stoße, benutzen wir die Scrambler. Okay, es gibt hier aber noch ein paar andere Sachen. So, Missionen. The Golden Tickets. Genau, Validate the Permits. So, mal schauen, ob wir das machen können. Das ist ja auch hier. Behind our Bags. Ja, komm. Get to the Calibrator. Go to TF-somethings Office. Validate the Permits ist da unten. Also rechts runter, geradeaus. Und dann links runter. Zur... Tja! Entschuldigung! Woo! Nächsten Bahnhaltsstelle. Schadelei. Oh. Ah, hier gar nicht einfach. Gut. Kurs mal umschauen, ob es hier irgendwas Interessantes gibt. Nicht wirklich. Es ist die Security Gate. Ja, komm ich auf Stab. Ich hab alle so viele Bio Cells da. Ist die eine aber auch nicht schlimm. Schauen wir mal. Ich spiel mal davon aus, dass ich damit aufs Dach komme. Mal gucken, was es hier gibt. Ein bisschen Exploren. Ein bisschen schauen. Ein bisschen Spaß haben. Ah! Was haben wir denn hier? Es ist einfach nur normaler Transmitter. Ah! Ähm. Da ist ne Leiter. Okay. Das heißt, wir hätten das eigentlich gar nicht gebraucht. Scheiße. Ähm. Ja gut, da komm ich halt hier hin. Aber jetzt groß was besonderes. Sehe ich so spontan nicht. Ja gut, das Ganze wirkt mir ein bisschen unmöglich gerade. Habe ich jetzt gerade ernsthaft, sinnlos eine Zelle verbraucht? Das wäre doch schade wenn ja. Ähm. Vor allem weil hier, wie gesagt, eine Leiter ist. Fuck. Oder ist das Ding eher dafür da, dass ich hierhin komme? Ja, aber hier gibt's auch nichts. Ha. Ja. Ja. Ja, das war ein bisschen schade. Ja, das war ein bisschen dumm. Ja. Ja, ich würde sagen. Au. Ja. Ah, die Leiter geht nicht. Okay. Gut aber trotzdem sind frei. Das ist eine Diktatur. Die Gewerke ist nicht zu verabschieden. Ich habe mir gedacht, dass die DBH nicht zu verabschieden wird. Theoretisch brauche ich noch immer irgendwo einen Händler, bei dem ich ein paar Sachen verkaufen kann. Mal hoffen, dass es hier ist. Ja, wahrscheinlich. Also hier sehe ich nichts interessantes, insofern wenn das so. Wenn du hoffen, etwas von mir kaufen, dann bist du aus Glück. Wieso? Ähm, Dude? Das ist mich verarschend? Ich halte hier eine Band. Ähm... Also wir sind jetzt auf jeden Fall in der Nähe... Oh, okay. Interessant. Damit würde ich... Da hinkommen und dann da hoch? Okay. Das interessiert mich aber gerade nicht wirklich. Hier ist die zentrale Bahnstation. Da haben wir Soldaten eben ein bisschen... krasser. Ähm... Bewaffnet und ausgerüstet sind, so. Ich habe gerade die Tür aufgemacht. Das tut mir schrecklich leid. Ähm... Ja, Validation Office ist closed. Das ist ein bisschen kacke gerade. Ein bisschen ist... bisschen untertrieben. Wow, was ist denn hiervon passiert? Ähm... Wie komme ich in das Validation Office? Wenn nicht hier lang? Oh, was ist jetzt los? Ah, Papers. Ja, natürlich. Du bist mit dir selbst. Hm. Du bist durch diesen Checkpoint klar. Geh über dein Geschäft. Wir sind speziell. Oh. Darf ich? Dankeschön. Vielleicht hier lang? Hi! Was geht, Brudasch? Was ist denn interessant ist hier? Ah, ich finde es so toll, dass mich hier keiner auffällt. Obwohl ich eigentlich ein Zivilist bin, der sich in einem separaten Gebiet auffällt, in dem er nichts zu suchen hat. Und hier schöne Schrotflinte mitgehen lässt und alles. Ist doch klasse. Hey, Bro. Was geht? Noch was interessantes hier? Noch was lustiges hier? Was geht? Ich hoffe ja, dass ich hier irgendwo in dieses blöde Gebäude komme. Weil bislang halt irgendwie nur mit... Ähm. Unsichtbarkeit oder wie auch immer. So, hier. Das ganze Ding sieht auch eher unimpressive aus. Insbesondere. Hm. Eigentlich gehofft euch von hier aus. So, machen wir mal hier eben das Licht aus. Ähm. Direkt irgendwie an das Ding kann man ja gehen. So, was interessantes. Ah, großes Seufzen gerade. Ganz großes Seufzen. So, das ist ja schon ein Kompakt. So, das ist doch ein Kompakt. Ah, das ist ja so ein Kompakt. So, das ist ja auch ein Kompakt. Okay, das ist ja so ein Kompakt. Vor allem, er sagt ja, wir haben geschlossen. Drinnen ist sofort eine Kamera. Und... Das wär's. Oh, da ist was. Sehr gut. Ha! Sehr schön. Aber ich brauche hier noch irgendwas, wo ich mich draufstellen kann. Ähm... Movable Objects. Am besten eine kleine Kiste. Hey, was geht? Ähm... Kann ich nicht nehmen? Geh mal aus dem Weg. Du hast ja ja nichts zu verkaufen, deswegen. Komm, die Kiste nehme ich mir jetzt einfach mal. Tschüss! Danke! Ah, der hat ja gesagt, er hat nichts zu verkaufen, also gehe ich davon aus, sie ist kostenlos. Ähm... Throw! Nicht runterfallen! So. Sollte eigentlich ausreichen. Na, wenn ich auf dem Weg bleibe. Ach, shit. Ach, nee. Ernsthaft. So. Ähm... Warte, da ist das Loch. So. So. Höpf. Drauf. Putzor. Na, nein. Drauf. So. Perfekt. Sollte. Komm, schauen. Ach, dammit. Komm, ich kann das machen. Mann, ich kann das machen. Ey. Scheiße, das ist zu klein. Ähm... 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 Hahaha. Ist ein bisschen over the top. Aber... Besser ist gar nichts. Boah, ich habe keine Ahnung, wann was funktionieren wird. Muss ich auch irgendwie da hochschmeißen. Und nicht die Polizisten anwerfen, das finde ich so cool. Ja, ja, ja. Got it. Sehr schön. Eigentlich. Und dann muss ich auch noch mit drauf klettern. Ähm... Das wird interessant. Ähm... Rotate. So. Auf die Seite. Und ich bin drauf. Und? Und? Nicht ganz. Wieso kann ich nicht? Das ist gerade das Problem. Wieso kann ich nicht... Shit. Das hilft mir nichts. Fuck. Ähm... Wieso nicht? Das macht doch gar keinen Sinn. Okay, rotate. Rotate. Gut. Stellen wir es gerade hin. Also mehr oder weniger. Enough problems already. Ah, das funktioniert nicht ganz, wie ich es gerne hätte. Ähm... Ich muss die gerade rumtricksen. So. Das ist jetzt nämlich daneben. Da sollten wir drauf kommen können. Runter kriechen. Aufstellen. Nein! Fuck. Nein! Ah! Bleib hoch, bleib hoch. Hi. Hi, Officer. Hi, Officer. Was geht? Bleib hoch, bleib hoch. Ja, natürlich. Natürlich habe ich einen Ausweis und eine Genehmigung und alles, was dazu gehört, Officer. Ich würde nie etwas Illegales machen, wie in ein, äh, Polizeigebäude einbrechen. Das wird mir nicht in den Sinn kommen. Ach, komm schon. Bitte. Es kann doch nicht sein, dass es nicht funktioniert. Ja! So trickst man rum. Und ich weil, da gäbe es wahrscheinlich 10.000 einfachere Varianten, das zu tun. Aber das ist mir egal. Es hat funktioniert. Oh, herrlich. So, hier drin ist sogar eine Kamera, da oben, die bewegt sich aber nicht, die ist nur auf die Tür gerichtet. Sehr gut. Oh Mann, wie geil. Ja, nehmen wir alles, Geld wird verkauft, läuft. Das Geld wird auch verkauft. Ähm, wir haben hier drei sehr interessante, das war nicht so klug. Okay, wir kommen hier gleich nochmal wieder. Ähm, schauen uns an, wir müssen uns ja eh in den Computer einhacken, ich hoffe unser Hacklevel reicht aus, ansonsten war das alles umsonst. Dank fürs Zuschauen, ich hoffe es hat euch Spaß gemacht, liken, abonnieren, kommentieren, alles machen. Ähm, ich krümel mich und bis zum nächsten Mal. So, ich hoffe es hat euch gehört.